Sie sind hier, 27. Februar 2019, 23 Uhr 3 Nach dem Eklat im Liga-Pokalfinale ließ Chelsea-Coach Sarri seinen Stammtorhüter auf der Bank. Mit Ersatz-Kepa Caballero feierten die Blues einen wichtigen Sieg. Skandal-Kepa-Kepa saß beim 2-0-Sieg des FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur nur auf der Ersatzbank. Chef-Trainer Maurizio Sarri setzte ein Zeichen und nahm stattdessen Ersatz-Torwart Willi Caballero ins Team. Es ist ein Zeichen an die Mannschaft. Wir sind eine Gruppe, nicht 25 Enzelspieler, begründete Sarri seine Entscheidung kurz vor dem Anpfiff. Seine Entscheidung dürfte der Blues-Coach nicht bereut haben. Caballero blieb ohne Fehler, allerdings machten es ihm die Spurs-Stürmer auch einfach. Die Treffer für die Gastgeber erzielten Pedro, 57. und Kieran Trippier, 84. per Eigentor. Sarri zieht Kopf aus der Schlinge. Damit dürfte Sarri, dessen Zukunft an der Stamford Bridge am seidenen Faden hing, seinen Job erst einmal behalten. Nach dem Sieg gegen die Spur kündigte Sarri auf der Pressekonferenz an, Kepa in einen der nächsten beiden Spiele wieder ins Tor zu stellen. Kepa bleibt meine Nummer eine, wir können ihn nicht töten wenn man jung ist, macht man Fehler. Der Italiener hatte Kepa im Spiel am vergangenen Sonntag kurz vor dem Elfmeterschießen auswechseln wollen, nachdem der Kepa behandelt werden musste. Kepa weigerte sich jedoch beheiligt, weshalb Sarri ausflippte und sogar vom Nationalspieler Antonio Rüdiger zurückgehalten werden musste. Nach dem Spiel bezeichnete Sarri den Vorfall zunächst als Missverständnis, Pressestimmen zum Skandal. Zwei Tage später belegte ihn Chelsea, wird nach seiner mit einer Geldstrafe von einem Wochengehalt englischen Medienberichten zufolge beläuft sich die Strafe damit auf rund 220.000 Euro. Das Geld komme einer Stiftung des Clubs zugute, hieß es weiter. Punkt. Kepa erklärte in einem Statement auf der Club-Website, dass er einen, großen Fehler, gemacht habe, wie ich mit der Situation umgegangen bin. Punkt. Kepa.